Bewerb dich doch für die nächste Staffel. Es geht darum, dass ich seit langem den Traum habe, bei Ninja Warrior mitzumachen. Und es könnte einfach bald wahr werden. Man konnte sich dieses Jahr das erste Mal unter 18 bewerben. Und das habe ich natürlich direkt gemacht. Doch zur Zeit warte ich noch auf eine Antwort. Ich bin gespannt, drückt mir die Daumen.